Hallo Leute und damit Willkommen zurück zu Dunkelkorn Country 2, DIV's Conquest mit Flash! Mit Centos! Da gleich ins Spiel reingeht, der Fabi 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 hat ja wohl nichts gebracht, ne? Boah, jetzt schaffst du das mit einmal, oder wie? Ja. Hä? Hä? Ungewollt und nicht gekonnt. Und Flash, behörst dich doch. Äh, öh, nö. Hallo, kannst du mal bitte springen? Tschüss! Der Papagei! Der Papagei! Das ist jetzt ein richtiges Kotzlevel, aber ich liebe das. Wegen der Musik. Ja, ich weiß. Boah, guck mal wieviel Bananen da sind. Maul, da geh ich nicht rein. Los, mach! Wann was machst du da? Rechts sein. Geht nicht. Scheiß. Das hat man voll gehört, ey. Dritte. Das hört man immer. Mechanische Sachen hörst du dauerhaft. Aber bei dir. Ich würde das auch nicht umstellen. Ich würde das auch nicht umstellen. Bananas! Ja, die Bananen können auch schön bleiben. Aha. Lass die Bienen doch mal leben, die tun dir doch nichts. Nichts. Boah. Ehrlich? Du konntest mir mal schön die Bimse da hinten lutschen, du. So. Ich bin doch nicht da durch. Du hast dich grad konzentriert, diese Scheiß-Ding-Spieler. Machst du aber nicht. Du laberst trotzdem. Ne. Einer. Hier, friss, du Sau. Na, die werde ich mir aber versuchen zu holen. Mach mal. Ja. Gibt's da... Ja, gibt's eh noch weiter. Ja, gibt's eh noch weiter. Und Safety waived. Jaaa. Übertreibt man, du Ziegel? Coco. Coco-Duck. 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 Ah, wo ist er? naja movement legastheniker warte bevor du drückst ich speicher ok speichert movement legastheniker naja holen wir uns das leben denn und das leben habe ich doch ach so meinst du aber man möchte dir es nicht gewähren dass du so viel leben verlierst und wieder zurück musst und die zuschauer wollen auch content sind die wollen dass du vorankommst die wollen es sehen dass du verlierst du dummes kleines arsch das kannst du jetzt darauf machen ne spinne raus spinnerein 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 bin aber nicht du mach lieber münzen cheaten das wirst du nicht schaffen das wirst du nicht schaffen meinst du warum da ein koko fass ist blub 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 ich sag ja nur brutzeln brutzeln ne oh ja kennst du das immer ja ja von dir necki ach ich geh mal brutzeln ich geh nie brutzeln zurück 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 1 2 3 danke und getroffen auch schade 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 das ist so kacke ja auch nicht boah ich sie gerade hier angespannt saß und den knopf geprescht habe kann ich mir vorstellen komm doch leck mich doch an der weiß ich schon wo dran chakra ey ja mit Didi über einen abhang zu springen der sein sein körpergewicht und seine größe überwiegt ja ne ach ja komm komm wir cheat uns noch paar bananen und vielleicht auch im leben noch extra voll ausnutzen hier ja weißt du hättest wenigstens diesen content ausführen können dass die bienen töten weißt du damit es einen zweck hat und du nein nein stütz ab rein springen weiter ouch oh wie ich sowas hier hasse ne das schlimm ist du kannst hier warten du musst ja klar muss ich ich weiß wie du musst a a nein ich muss nicht a a nein warum bist du nicht dagegen geschwogen ich weiß das nicht ich wollte unten gegen springen aber das ist ja ja der wäre eh runtergerutscht dann wärst du sowieso doppelt down gewesen ach centus 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 das spiel ist da ach ja das ist doch herrlich es ist doch herrlich neki ich habe nie wirklich donkey kong gezockt nein ach komm mario ja ich war ja ich war ja so ein mario zocker oh wo ist er du so ein donkey kong zocker ne ja ich hoffe ich habe mario auch gesuchtet gibt es ja ja das entholt ich mir nicht ja nein weil ich denn wollte ich hab dich gehört durch die auch nicht die auch in euch können bei der omi speichern ok ok ja ist vielleicht verständnisvoll dann intelligenz wichtig über dieses spiel zack bist du dumm nein du bist ein dummer sack mit dir die versuchen doch ja du wirst in diesem spiel nie mehr wechseln ich mach doch keine zeitlupe extra für dich das will ich sehen dass du nicht drauf was richtig warte mal komme ich speichern noch mal und 32 prozent 23 prozent wo ist das problem wo ist das wie 40 prozent hole ich gleich 40 prozent